Also, komm mal, ich habe sogar den Anziehersachen genannt. LOL. Okay, der erste Brief. Hi, können wir uns treffen? ML, bitte, der Picknicken oder Grill. Ich weiß, ich war schon oft bei dir. Bitte. Deine Videos sind der Hit. Ich liebe deine Videos. Die sind auch sehr witzig. Das war's soweit von mir, deine Anziehersachen. Das ist immer geil, dass mir meine Anziehersachen Briefe schreiben. Finde ich schon cool. Hey, Alter, liege schon seit Wochen im Schrank. Trag mich mal wieder. Sonst vermotte ich noch. Anzieher, ich habe nicht ganz gerafft, um was es geht in deinem Brief. Anscheinend sollte ich nach ML kommen. Aber ja. Da ist ja noch ein Anziehersachenbrief. Hier bin ich wieder. Die Verrückte, die ganze Zeit die Haare ändert oder so. Okay, war gerade nicht so lustig. Du bist so cool, Pecorino. Jamie, ich bin deine Anziehersachen. Hör dir mal auf YouTube an. Sponbob. Ich bin ein Schwamm und kein Fisch. Das ist so lustig. Also, meine Freundin und ich haben uns kaputt gelacht. Weil nicht ist nicht schlimm. Aber nicht ist nicht schlimm. Das war es von mir. Sorry, dass ich nerve. Hä? Du nervst doch nicht. Wer hat denn gesagt, dass du nervst? Was ist los? Leute, ihr nervt doch nicht. Lasst euch nicht immer sowas einreden, okay? Finde ich nicht gut. Nein, nein. Deine Anziehersachen, die nicht witzig sein kann. Ah. Oh, nicht so selbst ironisch. Äh, nicht so selbst kritisch. Entschuldigung. Sorry, wegen den Rechtschreibfehlern. Nein, ich entschuldige es nicht. So. Das war Anziehersachen. Adriana Windrider geht weiter. Oh, guck mal, so viele Herzchen. Warte, ich muss mal gerade eben was checken. Okay, alles klar, weiter geht's. Hi, Peggy, Herzchen. Ich weiß, alle sagen, dass du der beste YouTuber bist. Aber es ist einfach so. Ah, ich dachte, jetzt kommt so ein Aber. Das bist du gar nicht. Du bist nämlich nur der 38.000-Beste. Okay? Und damit habe ich nicht gerechnet. Dankeschön, Adriana. Äh, Ariana. Entschuldigung, jetzt habe ich den Namen falsch ausgesprochen. Hass mich nicht. Du bist und bleibst der beste SSO-Zocker der Welt. Dankeschön. Und dazu auch noch der Lustigste. Dankeschön. Und deine Reime sind echt cool, die du mal eben so nebenbei beim Let's Planeten hast. Ne? Ne, meine Reime? Die schüttel ich mir mal so eben so aus der Hand. Aus dem Ärmel. Wie sagt man aus dem Ärmel? Kanal? Ich schüttel mir sie mal so aus dem Ärmel, sagt man doch, oder? Das kommt, glaube ich, vom Kartenspielen, das man beim Pokerspielen betrogen hat. Wenn man sich die Karten so aus dem Ärmel schüttelt. Und dann hatte man noch ein Ass und kann es dazulegen. Ich glaube, daher kommt diese Redewendung. Again, what learned? Ähm. Wie machst du das? Ja. Wie mache ich das? Und hier? Meine Anleitung. Wie macht man so Let's Plays wie Packy? Ja? Jetzt gut aufpassen. Ihr geht in das Spiel rein, in das ihr was machen wollt. Drückt die Aufnahmetaste und schaltet euer Gehirn aus. Einfach nur aus. Danach, wenn ihr die Aufnahmetaste wieder gedrückt habt, um die Aufnahme zu beenden, schaltet euer Gehirn wieder an. Und habt keine Ahnung mehr, was in der letzten halben Stunde passiert ist. Das sind dann Packy Let's Plays. Ne? Das mit den Reimen, keine Ahnung. Ich reime einfach super gern. Und manchmal sind sie auch nicht so geil. Aber manchmal sind schon ganz coole dabei. Muss ich schon mal zugestehen. Ähm. Es ist halt so improvisiert. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich das... Ich kann es ja auch nicht wirklich. Weil gut ist es ja auch nicht. Aber es ist halt... Ein bisschen zumindest. Ich kann dir keine Anleitung dazu geben. Bei mir ist das einfach so... Das kommt einfach. Ich mache mir da keine Gedanken vorher drüber. Das blubbert einfach so aus mir raus. Hm. Manchmal auch ein bisschen nervig. Aber... Also, ich habe noch ein paar Fragen. An Dish. Hier sind sie. Herzchen Doppelpunkt. Kaufst du dir vielleicht bald ein EV? Englisch ist voll blut. Ja. Wann ist dein nächstes Fantreffen? Ach Gott. Ich kenne es gar nicht wegen der Frage, sondern aus einem anderen Grund. Ähm. Kaufst du dir... Ja. Wann ist dein nächstes Fantreffen? Wann es... Wenn es ist. Wie alt bist du eigentlich? Ja. Das wurde ich schon so oft gefragt. Das beantworte ich jetzt nicht. Ich bin so um die 30. Ähm. Kannst du bald mal wieder ein Championat aufnehmen? Ja. Kann ich schon. Könntest du noch jemanden grüßen? Wenn ja, dann einmal bitte Nadia Disco Girl. Vivian... Ja, warte. Du kannst nicht sagen, wenn ja, dann einmal. Und dann sind ja mehrere. Aber okay. Ich grüße ja alle für dich. Ja. Also, Props gehen raus an Nadia Disco Girl. Vivian Pony Knight und Alina Starbaker. Äh, Alina. Alina, Entschuldigung. Hass mich nicht. Alina Starbaker. Wer auch sonst, ne? Alina... Alina und ich sind ganz dicke. Äh, das wäre sehr, sehr nett von dir. XD. Liebe Grüße von mir. Herzchen weiter so. Ari. Okay, Ari. Cooler Brief. Das wird heute eine richtig lange Postfolge. Das ist... Die wird... Wow. Die sprengt den Rahmen, glaube ich. Aber sind auch voll die interessanten Sachen dabei. Also, wer bis jetzt hier durchge... Äh, wer bis hier durchgehalten hat, der darf sich schon mal am Eingang einen Keks abholen. Okay? Das sind dann die, die im Paket drin waren. Aurora Heyberg schreibt, deine Videos sind einfach geil. Nein, zu geil. Hab dich abonniert und schau auch bei deinen anderen Videos. Ja, cool. Aber du hast in Red Dead dein Pferd ge... ...gecuttet? Das war nicht so nice. Ach, gehäutet. Achso, du hast in Red Dead dein Pferd gehäutet. Ja. Das habe ich. An alle diejenigen, die sich denken, er hat was? Dann guckt bitte Red Dead Redemption. Ich habe ein Pferd gehäutet. Nicht nur eins. Und bei einem Pferd ist es nicht geblieben. Das größte Tier, was ich bislang gehäutet habe, war ein Bison. Also macht euch auf was gefasst. Es wird gehäutet ohne Ende. Aber so ist das im Wilden Westen, Leute. Müsst ihr mal klarkommen. Danke für den Brief übrigens. Nächster, Sien Snowyard, schreibt. Ey. Ey, Peggy. Du bist der beste YouTuber der Welt. Hier ein paar Fragen. Bist du Lifetime? Ja. Wenn dein Haus brennt und du nur etwas mit dir mitnehmen könntest. Was nimmst du denn mit? Mein PC. Ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, was ist das Wertvollste und das, wo ich am meisten unwiederbringliche Sachen habe. Und das wäre mein Rechner. Der darf nicht kaputt gehen. Der ist mir hoch und heilig. Also halt abgesehen von Familienmitgliedern, Haustieren und so. Ich ging jetzt davon aus, es ging um rein so materielle Dinge. Okay? Okay? Endlich ganz darauf. Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Ich würde gerne Zeit reisen können. Oder? Nein. Ich würde gerne in die Zukunft reisen können. Oder aber unsterblich sein. Oder aber selber meine Sterblichkeit festlegen. Dass ich so sagen kann, okay, ich möchte nie zwingend unsterblich sein, aber ich möchte so lange leben, wie ich leben will. Weil mich interessiert massivst, was in unserer Zukunft passiert und wie es da so aussieht. Und was man so kann. Und wie weit wir das Universum bereisen werden und so. Oh, ich bin so ein Science-Fiction-Fan. Ja, ist geil. Oh, ich würde zu gern wissen, was so in tausend Jahren ist oder so. Boah, da würde ich sterben dafür. Vielleicht nicht sterben, weil dann bringt es mir auch nichts. Blöder Vergleich. Gut. Jetzt noch Grüße. Wenn du einfach mal davon ausgehst, dass ich jemanden grüße. Du hättest ja zumindest fragen können. Hey, kannst du noch jemanden bitte grüßen? Nö. Einfach mal so. Nö. Pff. Der grüßt er schon. Der macht er schon. Peggy macht das schon. Ne? Bäh. Wir grüßen April Longland. Und in G... Ist das wirklich ihr Name? Kann die Person hier, die das sieht, bitte mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich ihr Name ist? In Galil? Das ist kein Name. In Galil Beeland. Das ist doch illegal, muss doch das heißen. Und nicht In Galil. Illegal Beeland. Und natürlich dich. Ich kann mich doch nicht selber grüßen. Was ist denn das? Nein. Ich grüße. Also April Langland. Und die Illegal Beeland. Das war schon. Von Sien. HDL. Ja. Sien auch HDL. Und danke für den Brief. Ist ja... Sehr interessant. Oh je. Alice Gray hinschreibt. Yo. Peggy. Ich finde dich richtig nice. Hab egal, bei welchem Video immer eine LRF. Fragen. Wie alt bist du eigentlich? Ach. Hatten wir gerade schon. Also was arbeitest du schon? Als... Was arbeitest du? Hatten wir dich auch schon tausendmal. Guck doch mal meine Let's Play Videos an. Verdammt nochmal. Ich bin... Also ich hab IT Systemelektronik geliehen und bin Servicetechniker für ein großes deutsches IT-Unternehmen. Da 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 da. Wie bist du auf SSO gekommen? Ich hab mich ja eingeloggt. Peas, ich hab dich lieb und mach weiter so. Deine Alice. In Klammern Dana. Gott. Geiler Witz. Manche finde ich mich selbst schon lustig, ne? Ja. Kann man mal machen. Ruby Swartdown schreibt. Rubys Swartdown schreibt. Hallo Picky. Ich wollte dich mal wieder anschreiben. Leider hab ich vergessen, was ich fragen wollte. Dreck. Ja. Nicer Dicer. Läuft bei dir, Ruby. Läuft bei dir. Da ist Agrippa Brave Daughter. Schreibt. Ey. Ich lieb deine Videos. Ich wollte fragen, ob unser Club treffen kann. Also deiner und meiner. Aber wir sind noch klein. Also würde ich mich freuen, wenn wir unser Partnerclub seid. Ich war noch nie mit dir in einem Video und wollte mir fragen, ob du mal da Reiter in Arena aufnehmen kannst, ob wir Freunde sein wollen. Ich hab auch einen YouTube-Kanal, aber ohne Frage kann man seinen YouTube-Kanal umbenennen. Weißt du was? Ich bitte zurückschreiben. Please, danke, wünsche. Ich bin schon in anderen Videos gewährchen. Beispiel in Carina bei Bianca und und und. Was? Was? Ja, ich kann der Reiter in der Arena aufnehmen. Freunde, können wir nicht sein. YouTube-Kanal umbenennen kann man. Man kann ihn einmal umbenennen, glaube ich. Ansonsten werde ich nicht so schlau aus dem Brief, Agrippa. Bitte benutze Satzzeichen. Danke. Und zum nächsten Mal, liebe Agrippa. Ich hoffe, ich hab euch immer so das beantwortet, was du beantwortet haben wolltest. Sabrina Penderbock schreibt. Hallo, Pecky. Du machst mega geile Videos. Du bist mega nett. Mach weiter so. Also. Hallo. Danke. Danke. Und mach ich. Vielen Dank für den Brief, Sabrina. Voll kurz, knapp, auf den Punkt. Mag ich. Rachel Kendalljot schreibt. Liebe Pecky. Ich liebe deine Videos. Mach weiter so. Deine Lara. Danke. Jetzt läuft's aber hier. Rachel. Cool. Dankeschön. Lara. Ja. Anzia Mighty Force schreibt. Hi. Ich hab eine Frage. Kann ich deinen Club? Finde ich supi. Und können. Kannst du meine beste Freundin Isabel Sinist und Mary Bluewater grüßen? Ja, kann ich. Und ja, du kannst auch gerne den Club. Anzia. Hab dich ganz dolle lieb. Deine Anzia Mighty Force. Ja, dann liebe Grüße an Isabel C Street und Mary Blueway. Seid gegrüßt, ihr. Hayden Sharkart schreibt. Hey Pecky. Ich wollte dir sagen, du machst echt tolle Videos. Danke. Könntest du bitte Mega Butterflies und Anzia Mighty Force und Clara Bluebell von mir grüßen? Danke schon mal. Ja. Mega Butterflies. Anzia Mighty Force. Clara. Grüße. Hayden. Na? Krasse Sache. Vanessa Pink Child schreibt. Hallo Pecky. Ich liebe deine Videos. Vor allem Raute. Hä? Den hatten wir vorhin schon, den Brief. Hä? Hat sie denselben nochmal geschrieben mit denselben Fehlern oder habe ich noch nicht gelöscht? Was? Aga... Was ist denn das für ein Name? Agafia. Agafia. Agafja. Agafja. Agafa. Agafja. Agafa Highbaker. Agafja. Hi Baker. Ich wollte dir einfach mal schreiben. Ich liebe deine Videos. Du bist so cool. Mach weiter so wie du bist. Und lass dir nichts sagen. Aber... Liebe Sachen darf ich mir schon sagen lassen, oder? Ja? Danke. Und danke für die Komplimente. Das ist sehr lieb von dir. Agafja. Der Name ist eigenartig. Barbara Skypost Skyhouse. Barbara Skyhouse schreibt. Leer Pecky. Mach weiter so mit YouTube. Mach ich. Und anderen Let's Plays. Ha? Ja? Und nie vergessen, immer schön cool bleiben. Nein, immer schön flauschig bleiben. Bitte schreib mir zurück. Deine Barbara Skyhouse. Ja, Barbara. Ich antworte hier. Ne? Muss auch passen. Rita heißt da, schreibt Stopp. Okay, sorry. Äh, okay. Sorry, Peggy. Ich dachte, dein Briefkasten wäre voll. Aber diesmal nicht. Wollt ihr dir nur sagen, dass deine Videos cool sind? Und ich wie immer lachen muss. Das freut mich. Dankeschön. Könntest du vielleicht jemanden grüßen? Klar kann ich jemanden grüßen. Alina Lightning Smith. Ellie Dogsong. Aroa Skypolos. Und die Jokers Family. Liebe Grüße, Rita. Die Rita. Die Rita ist auch schon eine ganz, ganz alte... Ähm, Star Stable. Ich nenne es jetzt mal Bekanntschaft, Rita. Ähm. Also die haben wir halt schon von den alten Folgen so kennt. Hat sich schon... Hat sich schon ganz schön... Ist jetzt auch schon über ein Jahr, ne? Sorry Fishlook schreibt. Kannst du bitte auf Server vorwechseln? Nein, und erst recht nicht, wenn ich angeschrien werde. So. Willow Monster schreibt. Ich weiß nicht, wie die heißen, du? Okay, ich hab keine Ahnung, was es geht, Willow. Sorry, Alter. Sorry, schon wieder. Hi, Peggy. Ich liebe deine Videos. Kann ich in deinen Club? Ja. Weil ich bin 9122 und habe meinen Club verloren. Mit freundlichen Grüßen? Dein größter Fan. Warum schreibst du mit freundlichen Grüßen? Ich bin doch nicht dein Vorgesetzter. Und wieso überhaupt mit freundlichen Grüßen? Mit freundlichen Grüßen schreibt man, wenn man eine geschäftliche Ebene zueinander hat. Geschäftsbeziehung. Das schreibt man mit freundlichen Grüßen. Aber was wir hier haben, ist doch viel persönlicher. Ihr seid doch keine Geschäftspartner für mich, die irgendwie... Ihr seid doch meine Community. Ihr seid doch meine Bros und meine Homies. Das schreibt man nicht mit freundlichen Grüßen. Das schreibt man Peace oder Liebe Grüße oder HDGDL. Oder was auch immer. Und ich will freundlichen Grüßen. Verdammt nochmal. Aber ich verstehe schon, was du meinst, Zoe. Du willst nur freundlich sein und lieb sein und hast es irgendwo gesehen. Keine Ahnung wo. Aber du hast es irgendwo gesehen. Und das ist schon okay, so. Du kennst es halt anscheinend nicht anders. Das ist schon okay. Zoe, sparte das mit den freundlichen Grüßen. Und schreib einfach liebe Grüße oder Grüße. Das ist am ehrlichsten. Okay? Danke. Mal sehen, ob es da aus dem Wald zurückschreit. Adriana Kendall Kay schreibt. OMG. Hi Peggy. Ich bin so ein großer Fan von dir. Ich wollte dich mal so höflicherweise fragen, ob wir uns mal zusammen treffen können. Oder falls du mal wieder einen Stream hier auf Server 1 machst. Ah, ich weiß nicht. Ich wollte dir auf Mandy Scheidotter schreiben, aber habe es für plausibler gehalten, dich hier zu schreiben. Ja. Was ist die Frage? Achso, ob wir uns treffen können. Adriana, erstmal vielen Dank für dein Interesse. Aber Mandy Scheidotter ist auf Server 2 momentan. Ja, ich weiß. Ist aber wirklich so. Aha. Ja, ja. Ist schon so. Aber danke. Auch dir liebe Grüße und einen schönen Abend. Kaya Riverhome schreibt. Hey, ich kenne dich zwar nicht. Okay. Aber ich habe gehört, dass sie auch YouTube Videos drehen. Erst duzt sie mich und dann sieht sie mich. Im quasi selben Satz. Ist schon ein bisschen lustig. Auf Mandy Masterdotter. Als ich sie gehört habe, dass sie auch Videos drehen, ging ich sofort auf YouTube und habe sie gefunden, der Päckchen. Okay. Das ist echt süß. Ich finde sie sehr schön und echt spannend. Ich liebe ihre Let's Plays. Danke. Machen sie weiter mit SSO und mit ihren Let's Plays. Liebe Grüße. Kaya Riverhome. Kaya. Dankeschön. Das war einer der höflichsten und liebsten Briefe ever. Du brauchst mich nicht zu siezen. Du kannst mich duzen. Wir sind doch Homies. Habe ich doch gerade schon erklärt. Ne? Aber finde ich sehr lieb von dir. Dankeschön. Richtig toller Brief. Vielen Dank, Kaya. Und schön, dass du es auf meinem Kanal gefunden hast. Beatrice Appleheart schreibt. Hey, die hatte ja vorhin schon so einen langen Brief, oder? Ich weiß nicht mehr. Hi, Peggy. Musste immer it schreiben, weil man das auf Deutsch nicht schreiben kann. Äh, was jetzt? Was kann man auf Deutsch nicht schreiben? It. Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Habt ihr schon mal geschrieben, aber das ist schon ein bisschen her. Ich wollte sagen, dass in der Let's Plays einfach so awesome sind. Ich finde toll, dass du jeden Tag neue Videos hochlätzt. Und dass hier auch immer viel Arbeit ist. Ja, das stimmt allerdings. Also vielen Dank dafür. Gerne. Ich weiß nicht, warum du das hier liest. Ah, ich weiß nicht, wann du das hier liest. Denn ich wollte fragen, ob du dein 10.000 Abos Special machst. Ja, ich mache 10.000 Abos Special. Aber ja, es wird nicht so, wie ihr euch das, glaube ich, vorstellt. Es wird, also den Plan, den ich habe, wird das verteilt. Es wird eine größere Aktion. Und es wird vor allem auch nicht auf SSO an sich beschränkt, sondern dann auf den ganzen Kanal. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, es ein bisschen anders zu machen. Ich will nicht zu viel verraten, aber das wird, glaube ich, schon ziemlich beeindruckend. Ich weiß nicht, ich will nichts jetzt verraten, was ich nicht halten kann. Aber ich habe da so einen Plan. Und ich habe da schon daran gearbeitet. Und, ah, ich glaube, das wird cool. Ja, es kommt ein 10.000 Abos Special. Ich war damals auch in deinem Club. Aber, weil ich den Server gewechselt habe, habe ich den Club verlassen. Weil ich nicht mehr zu dem Clubtreffen kommen konnte. Und weil ich weiß, dass es auch noch viele andere gibt, die auch gerne in den Club möchten. Aber, das ist echt ein toller Club. Bleib so, wie du bist. Ja, Beatrice, ich weiß, ich kann mich daran erinnern. Das ist wirklich sehr, sehr toll von dir. Ein richtig feiner Zug. Danke dir für den lieben Brief. Und ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Und du weißt jetzt ein bisschen genau Bescheid, wie du dich wo auf was gefasst machen kannst. Und Dankeschön, dass das auch alles von dir so respektiert wird. Und auch mal wieder gesagt wird, dass mit der ganzen Arbeit und den Videos jeden Tag ist ja auch nicht so natürlich. Aber ich auch, manchmal gibt es so Kommentare, also, ey, wieso kommen nicht von dem und dem Projekt jeden Tag Videos? Das geht einfach nicht. Ich habe nicht so viel Zeit, Leute. Ich habe einen Job und der braucht viel Arbeit auch, äh, viel Zeit. Und es ist einfach schwierig, immer so viel aufzunehmen, dass alle Projekte gleichzeitig viel kommen. Das funktioniert einfach bei meinem Kanal nicht. Ist das einfach so? Ester Big Home schreibt. Na, wie geht's? Wie steht's? Kennst du mich noch, Peggy? Ja, klar. Wir waren mal befreundet. Naja, egal. Nimmst du gerade auf? Ja, ich nämlich schon. Das ist echt interessant. Naja, hier ein paar Fragen. Wieso hast du mit YouTube angefangen? Ähm, weil mein Cousin und eine gute Freundin Videos von mir sehen wollten, wie ich Spiele spiele, weil sie es lustig fanden, wie ich die spiele und wie ich da Kommentare dazu abgebe. Ähm, ich habe schon Videos vom Zocken gedreht, da gab es YouTube noch nicht mal. Da haben wir mit der Webcam in uralter Pixelgrafik den alten Röhrenmonitor abgefilmt. Die Videos habe ich noch. Wenn ich sie finde, stelle ich sie mal so specialmäßig vielleicht auch so in das 10.000 Abonnenten Special mal mit rein. Hast du ein Ziel, was du mit YouTube erreichen willst? Wenn ja, welches? Nö, eigentlich nicht. Ich weiß nicht. Wenn man irgendein Ziel hat, mein Hauptziel ist, mit YouTube Leute zu unterhalten und ihnen ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aber wenn ich das schaffe, dann habe ich mein Ziel erreicht. Jeder, und wirklich jeder, der YouTube anfängt, weil er denkt, oh da werde ich voll Fame und da kriege ich voll die Abos und bla 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 bla, der macht es aus den falschen Gründen und wird niemals Erfolg haben damit. Hm, ja, naja, immer schwierig. Kommt immer drauf auf die Zielgruppe an, aber auf lange Sicht auf jeden Fall nicht. Und der Freund macht das auf die falschen Gründe und ist menschlich sehr bedenklich, aber egal. Magst du mich? Natürlich nicht. Das weiß ich nicht, Esther, ich kenne dich doch gar nicht. Kannst du die folgenden Leute grüßen? Ich kann schon. Wenn du bitte sagen würdest, lernt mal bitte zu sagen. Anita Pony Knight, Lena Yellowstar, Alina B. Hurricane. Mami und mich. Ja, wenn du jetzt bitte gesagt hättest, hätte ich das auch noch ein bisschen liebevoller vorgetragen. Lerne aus steilen Fehlern, mein Sohn, Tochter. Äh, äh, lerne daraus. Bist der Beste. Hör niemals mit YouTube auf. Und sei immer der flauschige Peggy. Wie ich ihn kenne, na klar. Also ich bleibe immer flauschig. Das ist ja wohl das Allermindeste. Esther, dankeschön. Und wir nähern uns so langsam dem Ende der Postfolge. Aurora Skypolis schreibt, Du bist richtig nice. Und cool. Meine Freundin ist die Ellie. Okay. Wir kennen uns doch schon von Fortuna Fest. Da, wo ich mit dir befreundet sein wollte. Will ich immer noch. Du machst coole Videos. Und darf ich mal gegrüßt werden in einem? Liebe Grüße, Aurora. Naja, Aurora, das wirst du doch so schauen, weil du eh erwähnt wirst wegen der Post, ne? Also, Grüße an dich, Aurora. Alice Rainwater schreibt, Hey Peggy, ich mag deine Videos echt. Jetzt, es kommt ein Bolt. Äh, okay. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe Best Team eine Stunde dran gesessen. Bestimmt eine Stunde dran gesessen. Und hoffentlich schreibst du zurück. Und mach weiter so. Guck mal, sie hat jetzt hier das Peggy in kleinen Buchstaben geschrieben. Wie schwierig ist das denn? Ist ja mega aufwendig. Dankeschön, Alice. Voll süß. Vielen Dank für deine Videos. Ich liebe deinen Raute. Style? Keine Ahnung. Aber Dankeschön. Du bist der coolste YouTube mit Serb zusammen. Ich bin der coolste YouTube mit Serb zusammen. Ich bin doch gar nicht mit Serb zusammen. Nein, danke. Ich verstehe, was du meinst. Du findest mich cool. Ich finde dich auch cool, Alice. Wirklich. Finde ich cool. Und zum coolsten YouTuber natürlich auch die coolsten Videos. Ich hoffe, das Bild gefällt dir. Ja, es gefällt mir sehr gut. Das ist voll hübsch und war sicherlich voll viel Arbeit. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Man sieht es. Ich finde es vor allem krass, weil dieses Großgeschriebene ist viel mehr Arbeit als das Kleingeschriebene. Und man sieht es hier in dem I da. Da war es ein bisschen wackelig. Aber hast du nochmal richtig gut. Die Kurve kriegt wie ein guter Formel 1 Pilot. Und der Brief wird dir sicher gefallen. Ja, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und nochmals viel Spaß und es ist so. Dankeschön. Und noch ein kleines Herzchen zum Schluss. Alice. Dankeschön. Der Brief ist sehr schön. Hast du gut gemacht. Ich freue mich. Und danke für deine Komplimente. Du hast es wirklich sehr lieb von dir. Sehr kjort. Dankeschön. Und dann haben wir hier noch Sophie Wolfsitzel, die schreibt. Ey, Pekki. Ich weiß, ich habe dir schon mal geschrieben. Ich war dir eine Olle mit Mega. Du bist cool. Ich liebe dich. Grüß bitte Raffaella von mir. Und die Katharina, Isabel, Fiona, Paul und der Dummkopf Marek von mir. Okay. Und dann viele Grüße an. Dummkopf Marek und Katharina, Isabel, Fiona, Paul und Raffaella Kingforce. Und damit sind wir fertig mit der Legendary längsten Postfolge ever in der Geschichte aller Postfolgen. Shabam. Das soll mir mal einer nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Und guck mal hier, wer da abhängt. Daniela Cloud-Walli, Raffaella Kingforce und Arina Windrider. Ariana. Mein Gott, immer diese Namen. Tschüss. Ausatmen. 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 Vielen Dank.